Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Kreuzwegandacht. Wir wollen nun das Leiden und Sterben unseres Heilands Jesus Christus betrachten. Heiliger Gott, heiliger, stärker Gott, heiliger, unsterblicher Gott. Habe Erwarnung mit uns und mit der ganzen Welt. Herzengel, 2. April 1999, Karfreitag. Herzengel Michael, begleitet Jesus den Erlöser der Menschheit und Maria die Miterlöserin auf dem Weg des Leidens, auf dem Kreuzweg mit liebendem Herzen. Wandelt mit mitleidvollem Herzen auf den Spuren des Erlösers, damit ihr aus seinem Leiden zum Ertragen eurer eigenen Leiden Kraft schöpft und das Verwundet der heiligste Herz Jesu mit liebender Sühne tröstet. Das ist das Wesentliche und der Zweck der Sühne. Dazu ruft die Mutter Gottes die Welt auf, damit ihr durch ihr unbeflecktes Herz dem heiligsten Herzen Jesus Sühne leistet. Nehmt an der Liturgie des Karfreitags nicht nur als außenstehende Betrachter teil. Vereinigt euch innig in glühender Liebe mit Jesus, dem Mann der Schmerzen, der wusste, was Leiden heißt. Wenn ihr wahrhaftig Nachfolger des leidenden Christus seid, dann müsst ihr im geduldigen Ertragen des Leides, in der Sühne für andere, in der Demut, im Gehorsam gegen Gott, ihm, euren göttlichen Meister, in Liebe nachfolgen. Himmlischer Vater, mein geliebter Sohn Jesus war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, damit er meiner väterlichen Majestät würdige Sühne leistet. Vereinigt euch immer mehr mit eurem liebenden, leidenden Erlöser, damit ihr dadurch für eure eigenen und auch für die Sünden eurer Mitmenschen sühnt und Buße tut. Erste Station Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der heilige und unschuldige Gottmensch empfängt das Urteil des sündigen Menschen mit sanftmütiger Geduld. In seinem Hochmut verurteilt der Mensch seinen Gott zum Tode. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auf jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser. Und hilf den armen Seelern im Wegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nahm durch die Gnade alle Sünden der ganzen Menschheit auf sich, damit er so meinen heiligen Vaterwillen erfülle. Nur im Gehorsam gegen Gott findet ihr meinen heiligen Willen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder. Und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebesflamme jetzt. Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Unter der furchtbaren Last des Kreuzes bricht der Heiland zusammen. Die Sünde macht euch immer wieder mutlos. Gebt jedoch der Verzagtheit keinen Raum. Steht auf und kehrt zurück ins Vaterhaus. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Mann der Schmerzen begegnet seiner schmerzhaften Mutter. In der Liebe vereinigten sich Jesus und Maria wirklich ganz und vollkommen. Ihre Blicke trafen sich auf diesem leidvollen Weg wieder. Dies groß in das leidende Opfer und auch in das Herz der Miterlöserin Maria. Neue Kraft. Betrachtet Jesus im Gebet. Eure Blicke sollen sich dabei durch das Gebet mit ihm verschmelzen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unserer Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde. Und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Zerena hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Seid auch ihr selbst Helfer und Kreuzträger Christi. Seid einander zu Diensten. Helft euch gegenseitig. Arbeitet so an eurem eigenen Heil. Und müht euch auch um das Heil der anderen. Helft den anderen nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seele in ihm Fegefeuer. Sechste Station Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Blickt auf das heilige Antlitz Jesu. Es ist mit Blut und Wunden bedeckt. Verehrt das heiligste Antlitz und leistet ihm Sühne mit Liebe. So könnt ihr mich, euren Vater, der euch liebt und euch stets barmherzig sein will, immer mehr erkennen. Denn wer Jesus sieht, der sieht mich, den Vater. Seid barmherzig und zwingt nicht durch eure Sünden meine Gerechtigkeit heraus. Viel hängt vom Gebet, von der Sühne ab. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so hoch, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich stelle meinen eingeborenen Sohn als nachzuahmendes Beispiel vor euch, damit ihr immer, wenn ihr fallt, von ihm Hilfe erbittet und erhaltet. Schöpft Kraft aus seinem Wiederbeginnen. Ihm folgend könnt ihr wirklich seine Nachfolger sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergeb uns zu unserer Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, Unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr könnt nur dann andere trösten, wenn ihr die Not, die Probleme des Anderen wirklich versteht. Tröstet durch eure betende Sühne zuallererst den im allerheiligsten Altarsakrament unter euch lebenden Christus. So bekommt ihr von ihm Kraft und Gnade und könnt somit Liebe, Verständnis und Geduld andere trösten, ihnen helfen und zum Guten ermutigen. Wartet nicht darauf, dass ihr getröstet werdet. Ihr sollt dem Bedürftigen helfen und trösten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im fege Feuer. Neunte Station Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wie schwer euer Kreuz auch sein mag, wie oft ihr auch damit fallen möget, wenn ihr erschöpft und todmüde seid, dann blickt auf Jesus. Er ist der Mann der Schmerzen. Er gehorchte in allem meinem Willen, damit er mit seinem heilbringenden Opfer die Sünden der Menschheit ihren Ungehorsam sühnt. Folgt mit Liebe, Treue und in gehorsamer Gesinnung dem Kreuz tragenden Christus. So könnt ihr wahrhaftig sündende Kinder der heiligen Jungfrau Maria sein. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilft den Armseelen im Fegefeuer. Zehnte Station Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Sie berauben meinen Eingeborenen, den heiligen, reinen und unschuldigen Jesus Christus, seiner Kleider, damit er dadurch alle Sünden der Sittenlosigkeit der Menschheit alle ungeordneten Begierden der Sinnlichkeit Sühne Ohne Selbstdisziplin und Mäßigkeit könnt ihr nicht meinem göttlichen Willen gemäß denken, handeln und leben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, sonst komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für und Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie Hilf den Armseelen im Fegefeuer. Hälfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Bei der Kreuzigung meines Eingeborenen offenbarte sich meine väterliche Barmherzigkeit und Liebe. Seitdem werden alle jene, welche mit Glauben, mit Anbetung und Liebe auf Jesus blicken, vor dem Fürsten der Bosheit, vor seinem Tod bringenden Fluch gerettet. Kreuzigt euch samt euren sündhaften Begierden durch Selbstüberwindung und Entsagung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Durch seinen Gehorsam erfüllte mein gekreuzigter Eingeborener meinen heiligen göttlichen Willen, damit er so meiner durch dem menschlichen Ungehorsam verletzte Gerechtigkeit versöhne. Mit Liebe und Ausliebe kann man mit gutem Herzen meinem heiligen göttlichen Willen gehorsam sein. Trachtet vor allem danach. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Jesus Christus erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im fege Feuer. Dreizehnte Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner heiligsten Mutter geliegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Die unermesslich großen Qualen und Leiden der Schmerzensmutter steigerten sich bis zum Äußersten. Ihr von großem Schmerz durch Spur des Herz hilft auch euch in all euren Nöten und hilft euch euer Leid zu ertragen. Sie wurde im Werk der Erlösung die Gefährtin Jesu und die Fürsprecherin der Menschheit bei Jesus dem Gott Menschen. Pflegt zur heiligen Jungfrau Maria dass sie auch euch auf ihren Schoß nehme euch als ihre kleinen Kinder in eurem ganzen Leben behüte und beschütze auch in der Stunde des Todes. Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater dem Sohn und dem Heiligen Geist wie am Anfang so auch jetzt und in Ewigkeit Amen Gekreuzigte Herr Jesus Christus Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer Vierzehnte Station Der Heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Das Werk welches ich meinem Eingeborenen anvertraut habe hat er vollendet Dankt ihm Jesus für alles was er für die Erlösung der Menschheit getan und angenommen hat Seinen heiligsten Leib legten sie ins Grab Er wollte jedoch bis zum Ende der Welt bei euch bleiben Deshalb lebt der im Altarsakrament verborgene Gottmensch unablässig unter euch Betet ihn an liebt ihn sehr und umgebt ihn mit würdiger Verehrung den Gott der Liebe und Barmherzigkeit der meine väterliche Güte Liebe und Barmherzigkeit euch offenbart Dank meinem lieben Sohn Jesus für die Erlösung Fleht Tag für Tag um sein Erbarmen Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebeneidit unter den Weibern und gebeneidit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige und hilf den armen Seelen im Fegefeuer Heiliger Gott Heiliger starker Gott Heiliger unsterblicher Gott habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt Wir danken dir Herr Jesus Christ dass du für uns gestorben bist Es mögt dein Tod und deine Pein bei uns doch nicht verloren sein Amen Er gibt den armen Seelen die ewige Ruhe in das ewige Licht leuchtet ihnen Herr lass sie ruhen in Frieden Amen Amen Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Amen Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Barmherzigkeits Rosenkranz Herr Jesus Christus in deiner Todesstunde beten wir dich an und lobreisen dich und bitte umfasse mit deiner unerschöpflichen Barmherzigkeit die ganze Menschheit besonders die armen Sünder und die Sterbenden im Namen des des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser Heilige 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 Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Amen Ewiger Vater wir opfern dir auf den Leib und das Blut die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes unseres Herrn Jesus Christus um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu Als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt Jesus, ich vertraue auf dich Jesus, ich vertraue auf dich Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen 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 Vielen Dank.